Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, der 21.08. um 6.42 Uhr. Ich bin heute etwas später wach geworden, habe mir zwar absichtlich den Wecker später gestellt, aber ja, jetzt haben wir es 6.42 Uhr. Ich werde heute zu Hause bleiben. Ich habe schon wieder einen schönen Brummschädel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Wetter geht hoch und runter, vielleicht daran. Ja, das heißt, ich werde gleich auf Arbeit Bescheid sagen, dass ich heute nicht komme. Und dann werde ich mich wieder in mein Bett begeben und hoffen, dass das sich irgendwie in Wohlgefallen auflöst. Ja, ansonsten wird heute nicht viel passieren. Vielleicht ein bisschen rausgehen an die frische Luft. Ich weiß es nicht. Heute wird es ja noch nicht so warm wie morgen. Morgen werden es wieder 30. Donnerstag 32 Grad. Also, ja, mein Kopf freut sich. Ich hoffe, es geht euch zumindest einigermaßen gut. Gut, Mütze habe ich heute, wie gesagt, auf wegen Gnubbel. Hatte ich ja gestern im Stream auch. Und wir hören uns dann morgen früh wieder. Ja, das ist es soweit von mir. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht. Und drückt mir mal die Daumen, dass das mit dem Kopf heute besser wird. Ich werde mir gleich noch eine Ibuprofen bereitlegen, falls es zu schlimm wird. Und ansonsten versuche ich das einfach so wegzuschlafen. Ja, also dann habt einen angenehmen Tag. Und wir sehen uns, wie gesagt, dann morgen bei dem Vlog und dann morgen Abend beim Stream. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann.stell gusto